Der Stromleiter in der Tag! Ich weiß nicht, ich muss dich auch so rausgehen. Geh mal da rein! Was hast du denn da rein? Geh mal da rein! Was hast du denn da rein? Welche, was musst du denn? F*** Stromleiter! Der Stromleiter in der Tag! Du kannst ja nur mit dem Ausländer. OOO! Was ist denn das? Ich weiß nicht, aber der ist ein wenig geiler. Das ist ein Auto, oder? Ja, wie gut. Der Auto ist das Auto. Das ist ein ganz blöder. Leider! Aber nix war. Was muss man denn? Nein, sonst besuchen! Go! Joss, gehts mal auch so, ob ich das was aufwende! Jawohl, die sind geil! Du kannst besuchen! Oh, okay, dass du das hier bist. Ich weiß nicht, dass du das hier bist. Oh, erhebt ja die auf, die sind auch geil. Ja, da habe ich nur über andere Banken. Ja, egal. Nein, ich will ausfahrt. Nein, fünfmal lieber weg, das ist viel gscheiner. Noch mal, wenn wir die Schuhe aufnabeln. Die Schuhe haben die schon gewaltt. Darf ich das? Oder? Nein. Pass auf, das ist kein Auffass. Ja, das ist ein Auffass. Jawohl. Jetzt reißen Sie es, Reide. Nein. Oh, was das für Ranzig-Gruppe? Ranzig-Gruppe. Ich filme schon? Nein, ja, ist wurscht, aber müssen noch ein bisschen schneiden. Ich bin in jedem Fall ein Gabi-Super-Kopf. Geht's? Ja. Ja, geht eh schon lang. Ich weiß nicht, wie du jetzt hieß. Okay. Jawohl, der Refekt hat es auch. Prost. Hey, gut. Jawohl. Ich bin fast fertig. Wart, Achtung, ich zählt da um Vulkaner. Wo? Christian! Wart. Untertitelung des ZDF, 2020